Der erste Brief von Paulus an Timotheus Paulus verbrachte viele Jahre mit Reisen und dem Aufbau neuer Gemeinden. In dieser Mission stellte er ein großes Team an Kollegen zusammen. Timotheus war einer davon. Eines Tages war Paulus in der Stadt Lystra, wo er die Mutter und die Großmutter von Timotheus traf. Beide waren treu im Glauben und Paulus war beeindruckt von der Leidenschaft und Hingabe von Timotheus zu Jesus. Paulus wurde für viele Jahre ein Mentor für Timotheus und irgendwann begann er, ihn auf Missionsreisen in unterschiedliche Gemeinden zu schicken. Als Paulus von einer Gruppe von Leitern erfuhr, die die einflussreiche Gemeinde in Ephesus infiltrierten, sie verbreiteten falsche Ansichten über Jesus und was es bedeutet, ihm nachzufolgen, sandte er Timotheus. Er sollte diese Leiter zur Rede stellen und die Ordnung in der Gemeinde wiederherstellen. Nachdem Timotheus dort angekommen war, schickte Paulus diesen Brief, um nachzuhaken und weitere Instruktionen zu geben, wie die Mission erfüllt werden kann. Der Brief hat einen sehr schönen Aufbau. Es gibt einen Anfangs- und einen Abschlussauftrag an Timotheus. Er soll diesen Leitern und ihrer schlechten Theologie entgegentreten. Diese beiden Aufträge umschließen zwei große zentrale Abschnitte voller praktischer Anweisungen zu den Problemen, auf die Timotheus in der Gemeinde von Ephesus traf. Zum Schluss sind alle diese Abschnitte verbunden oder zusammengefasst durch eine Reihe von drei Gedichten, die alle den auferstandenen Jesus als König der Welt verherrlichen. Lasst uns in den Brief eintauchen und ihr werdet sehen, wie er funktioniert. Paulus beginnt mit der Erinnerung daran, wie er Timotheus nach Ephesus geschickt hat, um die Anführer zu ihrer Verbreitung merkwürdiger Lehren zur Rede zu stellen. Er beschreibt, wie besessen diese Leute von ihren Spekulationen über die Thora waren, besonders die frühen Geschichten und die Stammbäume im Buch Genesis. Und wir werden noch sehen, wie sie alle möglichen seltsamen Lehren zu Essen, Ehe und Sex entwickelt hatten, die nicht mit den Lehren von Jesus oder den Aposteln übereinstimmten. Er nennt sogar ein paar von ihnen beim Namen, Alexander und Hymenäus, und beschreibt, wie ihre Lehren die Gemeinde gespaltet haben. Es entstand eine regelrechte Kontroverse. Paulus sagt, dass dies das erste deutliche Zeichen ist, dass ihre Lehre verfälscht ist. Wahrhaftige christliche Lehre ist dem Weg von Jesus treu und bringt Liebe und echten Glauben hervor. Paulus sagt, dass der Zweck der Thora nicht darin besteht, Spekulationen zu befeuern, sondern die Wahrheit über den Zustand des Menschen offenzulegen, so wie für Paulus. Die richtige Lehre aus der Thora wird die Menschen dazu führen, die Gnade Gottes im Messias offenbart zu sehen, der kam, um sündige und gebrochene Menschen zu retten. Paulus endet hier mit einem Gedicht, das den König Jesus allumfassend verehrt. Er fordert Timotheus auf, die falsche Lehre dieser Männer zu unterbinden. Dann spricht er sehr spezielle Probleme in dieser Gemeinde an, die durch die falschen Lehre ausgelöst wurden. Zuerst fordert er Timotheus auf, regelmäßige Gebetsgemeinschaften in der Gemeinde durchzuführen, um für die regierenden Anführer Roms zu beten. Außerdem soll für Frieden gebetet werden, denn Frieden im Land ist die ideale Ausgangslage für die Nachfolger von Jesus, um weiterhin die Nachricht vom Gott des Friedens zu verbreiten. Der möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Deswegen schickt er Jesus als den einzigen Vermittler, damit dieser sein Leben als Lösegeld für alle gab. Im Gegensatz zu den falschen Lehrern erinnert Paulus Timotheus, dass Gott die ganze Welt retten will und das Beten dabei hilft, dieses Ziel im Fokus zu behalten. Er spricht dann Probleme in Bezug auf Männer und Frauen an, die von diesen korrupten Gemeindeleitern in Ephesus beeinflusst werden. Als erstes stoppt er eine Gruppe Männer, die sich in wütende theologische Streitigkeiten verwickelt haben, die von den Lehrern losgetreten wurden. Er sagt, dass diese Männer lernen sollten, wie sie richtig beten. Dann stellt er eine Gruppe wohlhabender Frauen zur Rede, die die Versammlung am Sabbat als Modenschau nutzten. Sie kleideten sich so edel, dass sie die meisten anderen damit bloßstellten, die sich so eine Garderobe nicht leisten konnten. Aber das war noch nicht alles. Ein paar dieser Frauen hatten Führungspositionen in der Gemeinde an sich gerissen und vermittelten nun anderen die falsche Theologie der korrupten Lehrer. Also bringt er diese Frauen zum Schweigen. Er sagt, sie sollten nicht lehren oder in der Gemeinde eine leitende Rolle übernehmen. Er fährt fort und untersucht die Geschichte von Adam und Eva und der Schlange in Genesis 3. Diese Stelle im Brief ist eine von denen, über die Petrus sagt, dass Paulus hier nur schwer zu verstehen ist. Es gibt viele unterschiedliche Ansichten darüber, was Paulus hier meint. Manche glauben, dass Paulus Frauen grundsätzlich verbietet, in der Gemeinde zu lehren oder Männer anzuleiten. Und dass seine Bemerkungen zu Adam und Eva darauf bezogen sind, dass Gott befohlen hat, nur Männer sollen als Leiter in einer Gemeinde arbeiten. Andere glauben, dass Paulus Frauen verbietet, in der Gemeinde eine leitende Autorität über Männer zu haben. Aber sobald sie ausgebildet wurden, sollten und können sie als Leiter in der Gemeinde lehren. Aber unter der Leitung von Männern. Und dann gibt es noch andere, die glauben, dass Paulus das nur den Frauen in Ephesus verbietet. Und dass seine Bemerkungen zu Adam und Eva ein Vergleich sind, wie diese Frauen von falschen Lehrern getäuscht wurden. Welche Ansicht du auch hast, Paulus sagt hier ganz klar, dass diese Frauen in Ephesus von Timotheus angeleitet werden und eine richtige theologische Ausbildung bekommen müssen. Das Ziel ist, sie in ihrem geistlichen Wachstum zu unterstützen, damit sie eines Tages so herausragende Mitarbeiterinnen werden, wie die, die Paulus in seinen anderen Briefen erwähnt. Phöbe, Junia oder Priscilla. Paulus geht weiter auf die Führungskrise ein und fordert Timotheus auf, eine kleine, gesunde Gruppe aus Ehemännern und Vätern zu benennen, die als Älteste oder Aufseher für die Gemeinde tätig sind. Dies sollten Männer mit hervorragendem Charakter und hoher Integrität sein, denen ein Team aus Diakonen, ein griechisches Wort für Diener, zur Seite gestellt werden soll. Diese Diakone sind Männer und Frauen, die tatsächlich Führungsarbeit und Dienste in der Gemeinde leisten. Sie sollten die gleichen Wesenszüge haben wie die Ältesten. Vor allem aber sollten diese Menschen für ihre gesunden Beziehungen innerhalb ihrer Familien bekannt sein. Denn das zeigt ihre Fähigkeit, die Gemeinde als Gottesfamilie zu leiten. Und die Art ihres Zusammenlebens ist vergleichbar mit der Geschichte über Jesus, die im abschließenden Gedicht näher betrachtet wird. Darin geht es um seine Wiedergeburt, seinen Tod, seine Auferstehung, seine Ernennung zum König und die Verbreitung seiner Familie über die ganze Welt. Der zweite Hauptteil mit Anweisungen von Paulus an Timotheus ist speziell auf die Probleme ausgerichtet, die durch diese schlechten Lehrer verursacht wurden. Als erstes korrigiert er ihre falsche Theologie, in der sie den Leuten verboten haben, bestimmte Lebensmittel zu essen, besonders Fleisch. Und sie hatten ihn untersagt zu heiraten, was Paulus total absurd findet. Er bezieht sich auf Genesis 1 und erinnert Timotheus daran, dass Gottes Schöpfung sehr gut ist. Das schließt Lebensmittel und die Ehe mit ein. Alles soll mit Dankbarkeit empfangen werden, von denen, die ihren Schöpfer kennen und ihm wirklich von Herzen dankbar sind. Als nächstes spricht er die Probleme bei der Betreuung von Witwin in der Gemeinde an. Dieser sehr wichtige Dienst wurde von jüngeren, wohlhabenden Witwin ausgenutzt. Vermutlich waren es die gleichen Unruhestifter wie in 1. Timotheus 2. Sie meldeten sich für die Unterstützung der Gemeinde, verbrachten dann aber ihre Tage damit zu schlafen und zu tratschen. Sie zerstörten so den Ruf der Gemeinde in der Stadt. Das akzeptierte Paulus nicht. Er sagt, dass nur ältere Witwin, die keine familiäre Unterstützung haben, berücksichtigt werden sollen und die Gemeinde ihnen die Liebe und Großzügigkeit von Jesus zuteilwerden lassen soll. Dann wendet sich Paulus den Problemen mit älteren Männern in der Gemeinde zu. Timotheus soll zwar deren Alter respektieren, nicht aber ihr Fehlverhalten. Dieses hatte anscheinend mit Alkohol zu tun. Sie schadeten dem Ansehen der Gemeinde in Ephesus. Deshalb soll Timotheus sie auf liebevolle Art damit konfrontieren und sie auffordern, sofern sie in einer Führungsrolle waren, von dieser zurückzutreten. Paulus bemerkt hier noch am Rande, dass das nicht bedeutet, dass Timotheus selbst nie etwas trinken darf. Gerade in Bezug auf seine Magenprobleme wäre es ratsam, wenn er zu jedem Abendessen ein Glas Wein trinkt. Dann geht Paulus auf das Problem mit den christlichen Sklaven ein, die ihre christlichen Herren nicht respektieren. Auf der einen Seite begründet das Evangelium Gleichheit unter den Nachfolgern von Jesus. Auf der anderen Seite ist Paulus der Meinung, dass diese Gleichheit auf eine strategische Weise umgesetzt werden sollte, die die Mission und das Zeugnis der Gemeinde nicht kompromittiert. Wenn Christen mit Sklavenrebellion in Verbindung gebracht werden, sind sie kompromittiert. Die Transformation des römischen Haushalts hin zu einem christlichen sollte mit Bedacht passieren, damit ihre Nachbarn von dieser neuen Vision von Gottes Familie überzeugt und nicht abgeschreckt werden. Paulus schließt den Brief mit einer erneuten Aufforderung an Timotheus ab, die korrupten Anführer zu konfrontieren. Er entlarvt ihre Motive, möglichst viel Geld dadurch zu machen, dass sie viele Nachfolger um sich scharen und ihnen hohe Gebühren für ihre Lehren aus der Tasche ziehen. Diese Lehrer haben Jesu Botschaft von der Genügsamkeit und einem einfachen Leben verraten. Paulus weist die wohlhabenden Christen in Ephesus an, reich zu werden an guten Werken und Großzügigkeit. Sie sollen alle ihre Mittel, König Jesus, zur Verfügung stellen. Dieser ist die Inspiration für das abschließende Gedicht. Darin geht es um ihn als den wahren König, der über allen anderen Königen steht. 1. Timotheus ist ein wirklich wichtiger Brief. Er hilft uns, eine ganzheitliche Sicht auf das Wesen und die Mission der Gemeinde zu bekommen. Was eine Gemeinschaft mit Jesus glaubt, bestimmt, wie sie lebt und sich in der Stadt verhält. Deshalb muss ihre Lehre, also ihre Glaubensinhalte, regelmäßig kritisch betrachtet und von der Heiligen Schrift und der guten Nachricht von Jesus geformt werden. Paulus ist es außerdem sehr wichtig, wie die Gemeinde in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Christen sollten bekannt sein als sehr integere Menschen, voller guter Taten, bekannt für den Dienst an den Armen und Schutzlosen, aus der Hingabe zum auferstandenen König Jesus heraus. Darum geht es in 1. Timotheus. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de